Hängt davon ab, wie viele es sind. Verdammt! Oh. Scheiße. Du kannst dazu gerne was sagen. Der Mann muss shoppen gehen. Verstehe ich das jetzt richtig? Wow. Verrückte Welt. Willst du nicht beißen, Wölfchen? Nein. Will ich nicht. Oh. Wo geht's hier raus? Das ist die viel wichtigere Frage. Nase. Huah, Alter. Jetzt hab ich mich selber erschrocken. Nein. Obwohl, nein. Wartet. Tradition. Muss gewahrt werden. Hallo. 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 Tschüss. Tradition. Der Raum mit TV. Alter. Hilfe. Aber irgendwie. Ähm. Der Schatten geht nicht weg. Upsi. Ähm. Ja. Und? Tutu. Ich muss sagen. Tutu. 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 Hör doch! Mach doch sowas nicht, das ist voll eklig. Geh! Wie geht's? Dass man draußen rumläuft. Alleine. Für sich alleine. Ohne Kontakt mit Menschen. Ja. Ich wäre jetzt gerne auch alleine. Ohne Kontakt zu ihr. Hallo. Ich glaube, ich laufe richtig, da ist ein Schatten. Oh. Wie konnte ich die übersehen? Ach, halt die Kostad raus. Hallo. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich schreck's nicht. Hey, Batterien. Nein, ich gehe nicht zur Vogelscheuche. Außer, der sagt, ich soll rausgehen. Ansonsten werde ich einen Teufel tun und rausgehen. Bleib lieber bei der Frau hier drin. Hi. Ich habe gerade von dir geredet. Ohne Kuh. Das geht an mir vorbei. Ich bestelle mir am Sonntagpizza, glaube ich. Liefern tun sie ja noch. Ich glaube, ich mache mal gut, okay? Alter. Stimmt ja, wir spielen ein Horrorspiel. Hupsi. Was ist das mit dem Geräusch? Das ist... Das ist... Das ist... Ja, in der Nasenpuppe. Warte, warte. Ich bin in der Nasenpuppe. Alles mir jetzt. Erstmal easy rausschieben. Aua, ist mir schon voll aufs Tattoo gehauen. Wie ich schon durchgege... Oh mein Gott. Alter. Alter, da gibt's gleich Stauwolke hier. Alter, hab ich mich schon so schrocknet. Das sind die Hauben oben. Alter. Ich will doch nur da rein. Okay, diverse Zellen, die leer sind. Mach, der Mund so stinkt. Was habt ihr beiden hier getrieben? Oder was hast du damit getrieben? Ja. Eww. 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 Was? 1, 2, Izzy kommt vorbei, 3, 4, sie steht vor deiner Tür, 5, 6, 6, 7, 8, Izzy ruinet die Nacht. Oh, wie geil. Izzy hat Angst vor großen Männern, ja. Was? Nein! Loot! Oh, jetzt muss ich da wieder raus. Oh, was ist das? Was ist das? Bin ich in den Bunker? Wie? Bring dich an, Izzy, guck mal. Bis zum nächsten Mal.